ja auf auf in neue Welten los geht es mit es ist ins kreativ zu bei jedem let's play dazu wieder mal teilen 53 dieses mal um glaube ich zumindest und wir müssen immer noch seit ich glaube drei videos diesen diebestrupp hier eskortieren und es ist so ein müll weil es ist wirklich unnormal so lange dafür zeit zu verbrauchen alles nur durch meine sehr unintelligente spielweise aber jetzt was was machen die denn da die kämpfen da habe ich gesagt dass sie kämpfen sollen ja kommt her jungs hier den könnt ihr bekämpfen aber das mache ich ja eigentlich jetzt schon so ähm und jetzt bitte hier rüber ja ja dankeschön da schobst er mich hier runter jetzt habe ich es auf video jetzt habe ich es auf video hier da schobst er mich einfach hier runter wo kommt der denn hier da schobst er mich einfach hier runter hier ich hätte so schön diesen sie nach hause bringen können ja die jungs aber da schobst er mich hier runter und jetzt muss auch noch kämpfen die machen mir nur ärger anstatt mir zu helfen da meine fresse also das ist ja ja jetzt sind hier noch mehr von denen wie viele sind das wo kommt die her ja geile kamera aber echt zack so und jetzt bitte wieder hier hoch jungs ja bitte ihr folgt mir ja gut meine fresse das regt mich auf ja jetzt bitte nix klappt hier rüber ja da lang jetzt kommt hier hin hallo bisschen schneller hier hallo da ja so schnell ich unterrichte antonio über euren fortschritt kommt später zurück ich habe noch einen auftrag was für einen auftrag trifft mich bei den docks dann sage ich mir ich hätte auch nicht erwartet dass ich so schnell bin unglaublich was für eine mission ja 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 ok ok so ein gerüst hoch zu klettern ist schön und gut mal sehen wir euch im freien schlagt zur spitze des turms ja bin in einer minute zurück gut dass eine etwas nettere mission glaube ich ja hier ist natürlich sehr unideal wie sagt man das denn unideal bestimmt nicht ich glaube es ist taktisch klug hier hoch zu klettern es ist taktisch unklug hier hoch zu klettern gut 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 hier hoch so und jetzt müsste es hier klappen jetzt bin ich ja schon hier und jetzt hier hoch hier mal an der seite lang ja komm halte ich da fest was ja nein was war das denn jetzt warum lässt er denn da los so dann lässt er einfach los so hallo hier bin ich wo muss ich hin hier ok gut zum fuß des turms gelang wie schwierig wow ok mission beendet wa und sieht aus als könnte ich euch nichts mehr beibringen ich sage antonio bescheid erledigt eure anderen aufgaben bald ist es geschafft ja gut ähm sehr schön dann kann ich ja jetzt auch wieder hier zurück denke ich so so puh langsam geht es voran aber auch wirklich nur sehr sehr langsam ja mein bekanntheitsgrad ist natürlich verdammt hoch deswegen werde ich natürlich überall erkannt so nicht ich bin bei hier jungen äh erstmal hier hoch entdeckt mich hier jemand ich glaube nicht wir machen nächstes mal weiter mit assassin's creed 2 ähm ich mache eine kurze pause gleich geht es weiter vielen dank für's zu sehen